Letzte Rennen in Euro GT, drei Rennen, Barcelona, Silvestre und Grand Hedge, los geht's! Heute machen wir noch ein anderes Auto und zwar dem Camaro, würde ich sagen, dann haben wir uns alle einmal durch Hier sind wir nun mit der ersten Runde, Christen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube wir werden sehen wer hier ist um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will, danke Christen, er stoppt! So, los geht's von 440, ah, fliegender Start, ok. Nein, hier ist kein Platz, da muss ich vorbei. Jetzt bin ich auf 13, keine Autos, man sieht da mehr. Jetzt hole ich mir weg. Die Grenzwerte, die man sieht, die muss ich haben. Die muss ich nutzen. ... ... ... ... ... ... Das ist ein Scheißer. Ich versuch gerade jede Winkel zu nutzen, dritter mal gefahren, oder? Dritter? Ja, dritter. Dann hole ich mir jetzt so. So, und jetzt ist der Musseiger voll jetzt erlief. Guck mal an, der sich wer an wird gegen mich. Zweite Runde. Nur noch eine Position bis zur Spitze. Naja. Ah, da war er. Da hat er doch zugemacht. So, ich will den jetzt... Jetzt habe ich die Lücke. Die ist heute, dass die Platze kann man schön überholen. Und wir gehen in Führung, Mitte der zweiten Runde. Und ich lege auf einen neuen. Also, irgendwo Mittelfeld. Aber ich darf mich jetzt nicht zurückholen, um mir zu helfen. Und jetzt geht's in die letzte Runde hier in Spanien. Bleib in Führung. Letzte Runde. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Auf. 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 Kein. Auf. Dann. Auf. � estou. Auf. ayı. erem. gripelt. 軽 Lion. Vuh. Auf. So. Das wird jetzt gleich im Ziel sein. Ja, dann haben wir den Auftakt auch hier drin. Gut, Rennummer 2. Gut, Rennummer 4. Und jetzt kommen wir, Silverstone, okay. Oh nein, okay. Entschuldige, es ist gleich soweit. Naja. Schriftlicher. So, jetzt ist mein V3 ausgehebelt. Das war keine Absichter für dich. So. 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 Das ist ein schönes Rücken. rückwärts, ja ja, ist es. Ja, ist es. So, jetzt geht's nie. Doch jetzt. Guter Start, bleib an der Spitze. Ja, für Gruppikus. Rückwärts. Ja, für Gruppikus. Dann rennen wir da noch. So. 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 So, ich muss jetzt eigentlich nur um Kiminale gehen, aber rund um Sykorea, genau. So, jetzt die Kurve und dann was. Ein Rinder. So. 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 Die letzte Rennen, da gehen wir von vorne mal rein. Und der Lieblingsquavale direkt neben uns. Mit dem ist Martin hier. Du hast in letzter Zeit gute Platzierungen erreicht, weiter so. Ja, letzte Rennen, wie gesagt. Auch hier wieder drei rum. So, und da gibt es die zweite Runde. Du bist ein Führer. Musik. Schöne So, dann geht es jetzt in die gleiche Runde. Daher ist es jetzt immer nur kurz viel entspannt. So, dann geht es jetzt in die Runde. Nein, reicht nicht für eine neue Messzeit, aber egal. So, wir haben gewonnen. So, dann gehen wir uns morgen damit wieder. Ja, können wir hin trotzdem. Bis dann.